Hallo! Willkommen direkt zu Sea of Flames! Hallo! Willkommen zu Sea of Flames. Weißt du, ne? Jetzt hast du von mir voll den Default Skin und der sieht fast voll scheiße aus. Ja, dann musst du halt mal so... Vollbär sein. So, 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 so Relog mache. Nö. Sehr zu langweilig. Ehh. Der jetzt wurde zu anstrengend. Das auch. Mhm. Äh, hier, 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 Philipp. Käsekuchen! Ich bin jetzt gleich wieder da. Gut, ich bin auch gerade umgekehrt dahin. Käsekuchen! Was ist da oben drauf eigentlich? Äh, Spawner wahrscheinlich. Der muss irgendwie so ein Bosskampf sein, oder nicht? Ich mag Käsekuchen. Wawo, was geht. Käsekuchen, ja. Man muss nicht mal mehr Blöcke mit mir zum hochbauen, oder so. Ich hab schon 46 als Deck Erde dabei. Hast du mal Blöcken? Das reicht doch nicht, oder? Doch, das reicht. Und wenn nicht, müssen wir sowieso erstmal die Spawner ausschalten. Dann schießen doch unwichtig. Nein. Hey, wisst ihr schon, wer in dieser Folge wieder dabei ist? Was? Wisst ihr das? Ja. Ne, du bist ja, pfff, dich. Ach. Was sollte das denn werden? Oh! Hahaha, schuldig. Wops. Ich wusste nicht, dass du noch ein Treffer stirbst. Game Rule, ne? Was ist mit Game Rule? Oh, ich mein nur. Die existiert noch. Sie lebt. Ja, sie ist immer noch abgeschaltet. Sie lebt. Sie ist immer noch abgeschaltet. Sie lebt. Nein. Ich bin nicht abgeschaltet. Sie ist aktiv. Ja, sie ist aktiv. Ja, aktiv für uns. Active for us. Äh, so, äh, ich bin wieder dabei. Hallo. 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 Boah. Wo du grad auf us sagst, ich möchte gern irgendwie The Last of Us Let's Play. Hab aber keine Konsole. Mhm. Da liegt ein Problem vor. Wie viele fucking... Äh, es ist... So, äh, ich komm jetzt wieder und diesmal bitte nicht abschießen. Ich hab nämlich... Ich regeneriere gerade. Ich doch nicht. Du doch nicht. Er doch nicht. Er doch nicht. Doch nicht. Er doch nicht. Ich doch nicht. Nein. Wie kommt man denn auf so ne Idee? Weiß ich jetzt auch nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Er musste ihn fragen. Hä, was? Ich komm nicht mehr mit. Jetzt komm einfach. Ich schieß doch nicht mehr. Wir sollen das hier mal schaffen mit deinem brennenden Feig. Ach, schaffen ist völlig überbewertet, Alter. Schaffen. Ja. Ach, meine Rüstung ist auch wieder kaputt. Ja, meine auch. Wartet mal, ich will mich noch kurz, äh, regeneratieren. Ach, der Gast ist so her. Regeneratieren. Voll geiler Satz. Feier ich. Ja, krieg mal den. Es sauf das. Es sauf das. Okay, weiter. Ich muss kurz warten, bis mein Hunger weggeht. Wollte acht Minuten gehen. Boah, Alter, ich hab noch Kisten. Was hältst du dafür? Warte, ich hab dir doch grad froh. Ach, egal. Ja, nee. Warte, wenn du, wenn du nicht willst. Okay, jetzt kann's losgehen. Jetzt kann's losgehen. Komm schon mal mit. Hier links rein. Ich hab mich schon ein bisschen durchge... ...warschtet. Dausch, komm, warscht raus. Ja, wir kriegen wieder Besuch. Hallo, ihr Freunde. Geh einfach durch. Geh doch einfach durch. Ja, nee, nee. Es sind zu viele. Ja, ich bin tot. Hundertprozentig. Nur nicht zu retten. Was haben wir denn hier für'n Kollegen? Was haben wir denn da für'n Kollegen? Kann man denn da für'n Kollegen? Ey, Dig, verkackt dich. Kollege. Was ist das für'n Haufen? Der Boss. Was? Alter, und ich hab'n hier vieles gesponnt. Also, ich bin leicht dafür, dass ich die Game Rule ausnutze. Nein, nein, nein. Ich doch nicht. Doch nicht. Wer würde denn so eine Game Rule ausnutzen? Nein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt. Quatsch. Deswegen frage ich halt nicht. Du hast ja so verrückte Ideen. Ah. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich glaub, das mit 2015 im Fernsehen kannst du vergessen. Volli-Kreise. Äh, okay, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben bereits drei dieser Ghasts in dieser Burg. Ist doch nett. Ich müsste langsam mal sehen, was ihr da eigentlich so treibt. Nix, nix. Ah, ich hör'n nicht, ich hör'n nicht. Ah, doch. Na, nix. Hot Topic. Also, geh'nfach links. Und dann... Ach, ich bin gleich eh da. Ach, ich bin gleich eh da. Ach, ich bin gleich eh da. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack Theoretisch. Ja, dann, warum lassst du mal Banshee hin verlegen? Nein. Mana, mana. Ich möchte keine Bahn verlegen. Nicht? Mana, mana. Dann verlege ich eine Bahn. Ja, es ist so viel zu viel Aufbahn. Ja, siehst du, genau der Meinung bin ich auch. Schön, dass wir uns da einig sind. Mana, mana. Na, ich baue hier draußen mal ein paar Stuff-Kästen auf. Mana, mana. Nein, ich sortiere hier gerade drin. Du baust da jetzt keine Stuff-Kästen auf. Und was, wenn? Dann tölt er echt ein. Babuschelle. Babuschelle, Alter. Jawoll. Okay, ich lauf schon mal weg. Oh, kleiner Minizong. Ich hasse dich so sehr dafür, ne? Kannst du wissen. Lickwiss, Lickwiss. Ja, dann mach's halt nicht. Bitch. Ernsthaft, jetzt. Da sind so viele, das kann man nicht mit einem. Ja, wir müssen halt mal mit Fakern besachen. Oh, das ist halt kaputt. Alter, nee, ne? Was denn? War das, war das Glück? Was ist jetzt kaputt? Das Haus. Die Gläser hier unten nur. Dann mach die wieder hin. Ich hab keine Gläser und ich hab grad was Wichtiges. Ich warte hier oben auf dich. Oh, rennt da weg, weißt du? Jo. Rennt da weg. Ja, also, man muss wirklich sagen, bei dir kann man nichts anderes tun, als wegzurennen. Alles andere würde keinen Sinn mehr. Die Kisten hier unten wieder, die Kisten. Hey, da brauch ich was. Was ist mit deinen Kisten? Hey, da brauch ich was. Siehst du? Okay. Die Kisten! Was ist das denn? Was mit den Kisten? Die sehen scheiße aus, mach die weg. Nö. Oh mein Gott, guck mal, dass wir uns von außen einfach dahin stacken. Ja. Ich muss nur eben kurz den Außenposten abschalten. Okay. So, wir stacken uns jetzt hier rein. Komm, wir stacken uns hier rein. Nein, wir stacken uns doch nicht rein, oder? Doch, wir stacken uns auch da nicht rein, Alter. Das können wir doch nicht machen. Können wir auch nicht machen, Mensch. So, wir stacken uns jetzt rein. Guck. So, ich baue jetzt hier ein bisschen um. Radikal. Ja, okay, pass auf. Radikal. Bisschen? Da ist ein bisschen Besuch. Ho. Und hier auch. Ho. Alter, ich höre die Gas-Skill. Scheiße, hier ist ein Gas-Spawner. Gas-Spawner. Hast du mal vielleicht irgendwie eine Spitzhacke oder so? Ich? Ja, ja, ja. Ja, dann komm mal hierher. Ich weiß gerade nicht, wie ich hier rauskomme aus dem Turm. Äh, und ich weiß nicht, wo du bist. Pass auf, unter dir ist das Skelett. Ja, komm mal, geh mal hier rüber und mach mal diesen Gas-Spawner hier weg. Oh, der sieht so wunderschön aus. Ho-Yo, Gas-Spawner, ho-Yo. Okay, lass mal hier rüberlaufen. Nein, lass uns in den Turm rein, oder nicht? Nein, die sind überall noch Kisten. Ach, sind da Kisten? Überall ist alles verteilt hier, weiß ich könnte euch... Hier ist noch einer, hier ist noch einer, hier ist noch einer, hier ist noch einer. Die Jugend von heute! Mach den weg, mach den weg, mach den weg, mach den weg! Mach den weg, mach den weg, mach den weg! Hier, da labert was anderes. Ach, ist schön. Mach dich ab! Mach dich ab, Mann! Oh, hier ist noch einer. Mach den weg, mach den weg, mach den weg! Mann! Ganz ehrlich. Soll, lass mal hier drinnen gucken? Halt die Fresse nach. Dann wär ich auch hier, weil da drinnen ist echt gut stuff. Hier drinnen ist Party, das weiß ich noch. Was ist das hier eigentlich? Ach, Red Rock. Hier drinnen ist noch Party, das weiß ich. Oh ja, ich geh mal runter, oder? Das weiß er noch! Naja, lass mal hier oben, bleib hier oben, bleib hier oben, bleib hier oben! Wo bist du denn? Ja, 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 drinnen. Also hier ist sehr richtig Party drin, das weiß ich. Hier noch Ball geht hier, Mann! Hier müssen wir wirklich aufpassen. Hier geht's nach oben. Ach, hier geht's nach oben. In den Oberaustaukirchen wird's immer lustig. Wie soll man... Ernsthaft, jetzt hast du noch Blöcke dabei? Indem man sich hier lang baut. Zack, zack. Wackeln. Sie geil aus. Oh ja, ist überhaupt kein Labyrinth. Das ist kein Labyrinth, du musst einfach nur gucken, wo du lang musst. Schlaubeutel. Oh, Akrippalle! Leute! Au! Au! Er sagt immer au, wenn ich rede, das macht mich irgendwie nachdenklich. What the f... Boom. Ich kann nicht. Ich hab... Halbherzig. Oh, nett! Oh, scheiße! Aber ich hab ihn noch gekillt, ich hab ihn noch gekillt! Ich muss mich mal eben hier irgendwie verstecken. Ja, ich bin auf dem Fick. Ja, so geht das jetzt mal aber nicht hier, ne? Natürlich. Man kann sich immer verstecken, überall. Vor allem Fips. Ich hab mir keine Dizenz, wenn du versteckn. Mach da ja auch immer. Ich hab... Ich hab mir Bescheid, wenn du wieder da bist. Ich hab D' Pussy Lizenz. Ich hab D' Pussy Lizenz. Pussy Lenz. Pussy Lenz. Was soll ich denn alleine machen? Weiß nicht. Verrecken. Nein. Wäre langweilig. Oh! Oh, steht genau ein Creeper vor meinem Teil. Ja, Moment. Vor deinem Teil? What? Okay, ich sehe gerade alle Chunks. Too much information. Nee, ich sehe gerade keine Chunks, aber alle Monster. Äh, okay, wir werden noch ziemlich viel Spaß haben. Echt? Dann gehe ich mal rein. Aber warte noch. Hier sind so viele Creeper. I come to you. Tränke. Wir haben so viele Tränke, Alter. Tränke haben wir. Alter, das gibt's doch nicht. Wir haben Tränke. Tränke. Viele Creeper hier einfach mal sind. Das gibt es nicht. Wie viel Redstone, dass wir einfach mal haben. Redstone. Ja, Redstone ist, äh, OP. Alter, 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 10 Creeper oder sowas. Ja, ich kriege gerade Besuch von einem, äh, Königs-Zombay. Und ich wurde getötet. Und wir haben Redstone. Kommen wir da mal weiter, oder was? Ja, nee, ohne Dings hättest du da kaum auch so eine Röstung. Aber ich hab jetzt keine Röstung zu machen. Wir sollten mal Eisen suchen. Stuff just, stuff just, Splash Potion of Regeneration zweimal, äh, Splash Potion of Healing. Ach, brauch ich nicht. Äh, Swiftness und Healing. Brauch ich nicht. Alles für euch hier. Brauch ich nicht. Ich bin Philipp, ey. So, jetzt sind wir schön fies. Ähm. Ich bin Fips und brauch das nicht. Alter. Hab's dein und dein Geld. Willst du mich eigentlich trollen? Ja. Fips, wo bist du? Ich bin schon da. Du bist schon da? Ich bin schon da. Alter, wir haben mal Ordnung in den Kisten. Glaubst du das? Nee. Deswegen halt ich mich auch nicht dran. Ist aber so. Wir haben Kisten. Wir sind hier hoch. Wir haben Kistenordnung. Wer sich nicht dran hält, wird getötet. Dann töte mich doch. Ist bei der Game Rule echt langweilig. Ohne Game Rule ist wesentlich einfacher, mein Lieber. Würdest du mit Game Rule spielen, würde einfach alles verrecken. Tja. Also, wenn die Game Rule aus ist, verstehst du? Die ist das. Okay, okay, okay. Also auf Falls. Und ich glaube, ich verrecke. Ja. Und ich bin tot. Oh, die sind schon wieder zehn Creeper. Das freut mich ja so sehr. Mache mich erneut auf den Weg. Wie oft will ich eigentlich noch da hinkommen? Mann, seid ihr schlecht. Hm. Ja. Wie lange haben wir eigentlich jetzt schon? Lass mal gucken. Wir haben zwölf Minuten. Zwölf Minuten. Wie lange haben wir noch 15? Ja. Wir könnten natürlich die Folge auch ein bisschen kürzer machen, weil die letzte schon so lang war. Was hält sich denn da? Nee, halte ich nichts von. Ja, dann kann ich ja noch ein bisschen sortieren. Halte ich nie was von. Das ist ein Mist. Das habe ich auch nie gemacht, von daher. Das ist eine wahre Aussage. Ich weiß. Ich weiß. Yay. Da scheint gerade irgendwas explosioniert zu sein. Deutsches Eichenholz. Ist alles locker easy hier. Locker easy. Locker easy. Locker easy. Naja. Locker easy. Locker easy. Oh, das gibt's doch nicht. Easy going. 4,000 Creeper. Ja, ich höre sie. Läuft bei ihnen. I can hear them. Die spawnen da immer wieder die Mistdinger. Die Mistdinger. Ist der maybe anywhere a spawner? Ja. Kaputt. 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 Kaputt, Junge. Kaputt. So, ich komme jetzt auch wieder zu dir. Das ist streng. Oh, hier ist die Kiste schon. Dieses Klicken, ne? Das ist so anstrengend. Die ist pinke Wolle. Oh, pinke Wolle. Oh, cool. Dann muss ich jetzt ganz oben hoch bauen. Wir gehen jetzt ganz oben. Hast du denn noch Blöcke für mich? Weil ich habe keine. Hast du mal Blöcken? Äh, Moment. Ja, ich habe noch ein paar. Komm hier hoch. Ja, komm doch hier hoch. Oder was? Oh, wie so eine Art Holzkiste. Okay, immer die Spitzsacke hoch. Okay, immer die Spitzsacke. Thank you very muching. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht verrecken. Ich bin auch hoch. Fuck, der ist Badrock. Ja, dann bauen wir uns von unten. Dann bauen wir uns von unten hoch. Von außen meinst du wohl? Ja, er hat von unten gesagt. Hahaha. Ich brauche mir jetzt trotzdem Stein ab, damit ich da auch hoch kann. Oh. Oh, Creep. Creep, hallo. Au. Ho, ho, ho. Creep, hallo. Creep. Ja, ich habe noch ein Herz. Ich hatte auch... Ja, tschö. Oh, es wäre schön, wenn das hier mal eine reine Holzkiste wäre, weißt du. So kann man sich täuschen. Ähm, wo haben wir denn Stein? Da vorne. Im Außen sind noch 46 Sand. Äh, 64. Im Außen sind noch 64 Sand. Ich habe 264er Stacks Sand, aber das sollte reichen. Ja. Ich mache hier gerade so eine reine Holzkiste und so reine Kisten, so. Deutsche, reine Kisten. Hier gehen gleich mal ein paar Sandstücke da rein. Dann ärgert er sich wieder. Mach ich. Dann töte ich dich, Alter. Gunpowder mach ich das. Mit TNT. Gezündet mit TNT. In der Kiste drin, das wird schwierig. Du stellst dir einfach wieder vor, das reicht schon aus. Okay. Das reicht. Da hat er wieder was zu tun, ne? Dieser Block, der geht mir voll auf den Sack. Stuff hier, Stuff habe ich dabei. Ja, ja. Weißt du denn, ob da oben was drauf ist, Adrian? Das wäre ich nicht mehr. So weit habe ich nicht geguckt. Achso. Okay. Na, ihr seid's ja fail. Ja, das könnte klappen. Ja, vor allem, dann werden wir dich daran abgeknallt. Du bist schlau. Du hast gesagt, außen von... Ich höre irgendwas. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was geht denn bei euch jetzt so? Ach du Scheiße. Ja, guck erst mal in die Kiste rein. Ich klaue mir die Rüstung. Erst mal looten. Fuck! Ich hab nur Rüstung. Ich? Ich hab nur Rüstung. Die hält nicht lange. Ich weiß. Ich weiß. Die hat Protection 1 oder so, wie lange halten. Das stimmt. Das soll ich nicht lange halten. Egal. Scheißegal, gerade ist gestorben. Auf zur Festung. YOLO. Nein, Babo. Babo. Ach ja, wir haben ja. Wir sind die Babos der Festung. Nein, Leute, bitte nicht. Ich hasse dieses Wort so. Ich benutze es selber nur 5000 Mal am Tag. Ich Babo, du Babo. Sie es Babo. Das war nur mit dem Stein. Also das kratzen ich gezogen. Okay, wir stehen vor einem Problem. Ja, das Folgenende ist nah. Moment, wir bauen uns denn hier mal rumrand. Nein, deswegen hab ich Gravel genommen. Genau aus dem Grund hab ich Gravel genommen. Nein, gegen Folgenende nimmt man Gravel. Das ist... Hausmitte. Nein, ganz einfach, weil ich unten auf der Fackel dransitze. Keine Ahnung, dass der sich nochmal selber abbaut. Ey, hier ist leer. Ich werde dann bauen den Spawner ab. Ne? Doch. Ne. Vorsicht, hier ist Spaß angesagt. Das ist ein Spawner drin. Ich sehe den Netze. Ja, das ist ein Spawner drin. Hey, Stilettland, ist klar. Ich dachte, da ist ein Spawner drin. Geh weg, das ist meine Kiste. Und die nächste gehört mir auch. Und die nächste gehört mir auch. Fick dich. Fick dich. Verbiss dich von dieser Kiste. Oh ja, essen, essen, essen. Ja. Wer will das Zimmer... Wer will das Zimmer mit Fenster? Das interessiert jetzt erstmal keinen, das Zimmer mit Fenster. Ja, und später meckert er rum, weißt du? Okay, dann nehme ich das Zimmer mit Fenster. Ich bin an Fenster. Wack, wack. Lebst du noch? Wir haben Besuch an der nächsten Kiste. Wir haben Besuch an der nächsten Kiste. Hast du die schon geplündert? Ja, spring erst mal in Lava. Ich. Ja, die habe ich schon geplündert. Loll. Und was hat er? Warte, ich bin auf einem Herz. Ich laufe auf einem Herz. Auf einem fucking Herz. Was war denn ganz? So, ich habe eben die Verfleckung der Rüstung gehabt, Räni. Die habe ich auch. Die haben mich auch. Oh, das Dach müsste ich eigentlich auch erstmal decken, aber... Jolo. So, erstmal müssen wir was fressen. Wollen wir uns die Rüstung noch ganz hochbauen? Äh, Federfalling. Ich nehme mal die Federfalling Protection schon mal. Wollen wir uns wirklich ganz nach oben bauen? Ja, das packen wir. Ah, Jolo. Aber warte eben doch nicht. Äh, ich trau mich nicht alleine. Ja, da wartet er nicht auf mich. Ne, wieso auch? Er will die Kisten abgeiern. Wenn da oben überhaupt was ist, ich weiß gar nicht, ob da oben überhaupt was ist. Mh... Du, wir ballern mich hier jetzt nicht runter. Jetzt haben wir ein Problem, wir zwei. Oh, war das geklappt. Lol. Okay. Was denn? Äh, hier ist Bedrock. Bedrock. Das muss ich auch oben zubauen. Leute, das ist Folgenende. Das ist Folgenende. Egal, ich will jetzt wissen, was da oben ist. Nein. Machen wir danach noch eine Folge? Ja, müssen wir. Ja gut, dann können wir jetzt Pause machen. Folgenende, Alter. Dort, dann J-Mons in der nächsten Folge wieder. Auf Wiedersehen. See ya, Flames. Tschüss. Tschüss. Nya. Tschüss.